Willkommen zu unserem Film! Umweltverschmutzung, Plastik vermeiden. Man kann nicht ganz ohne Plastik leben, aber wir alle können etwas dazu beitragen. Wir können zum Beispiel Stoffsäcke anstatt Plastiksäcken benutzen. Folgen von Plastik. Eine Million Seevogel und 100.000 Meeressäuger sterben wegen Plastik. Wer glaubt, dass Plastik nur für Tiere gut ist, dann spricht er zu kurz. Für Menschen ist es auch nicht gut, weil wir tierische Produkte essen. Zum Beispiel Speck und Milch, Spiegelei. Rauchvermeiden. Um Rauch zu vermeiden, kann man zum Beispiel eine Wärmepumpe brauchen, anstatt Heizungen. Die Wärmepumpe funktioniert so. Von rechts geht Luft rein, egal wie kalt es ist. Oben kommt noch kältere Luft und von links kommt warmes Wasser. Rauch folgen. Rauchen reizen die Brunnchen. Müll. Touristen überschwemmen oft Städte, Orte und belasten diese mit Abfall, verbrauchen Trinkwasser. Danke fürs Zuhören. Danke fürs Zuhören.